Tja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad, ich bin wieder der Avenger und wir sind wieder bei South Park Stick of Truth unterwegs. Tja, und wie schon gesagt, wir haben jetzt so einen kleinen Midi-Dungeon angefangen. Und kommen jetzt in den nächsten Raum rein. Oh yeah! Cooles Sound. BAM BITCH! Das war knapp! Alter, der Mozi-Schwert, ey! Junge, Junge! Okay, gut. Das ist großartig. Hau mal den zuerst aufs Maul hin. BAM! Er ist blieb! Oh mein Gott! Gut, das ist großartig. Das war nicht so schlecht. Boah, Alter, die hauen ganz schön aus. Alter! What the hell is going on here? Okay. Okay. Hm. Gut. Hauen wir erst mit dem ersten auf die Kusche. Und... Not ! VERPICCEL DICH, JUNGE! Bam! Bitch! Okay, jetzt gucken wir mal. Ah, ich will das jetzt noch mal. Crazy. Schon wieder weg. Oh my god. Good. Bam. He is bleeding. Alter. Was geht mit dir ab? Okay. Vielleicht brauche ich seine Hilfe hier doch. Mal gucken. Ich will hier Blindenzeugen. Okay, sehr gut. Vielleicht brauchen wir das schon gar nicht mehr. Ne, brauchen wir gar nicht. Toll, jetzt habe ich nen Wiederbelebnisdrang rausgehauen. Hm. Mongolenbogen. Den werden wir natürlich sofort ausstatten. Aber sowas von sofort. Bogen. Oh yeah. Oh yeah. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ach so, den können wir uns auch schon hier beklauen. Krummsäbel zerbrochen. Oh, ein Gin-Pokemon. Oh yeah. Oh yeah. Schnapp sie dir alle, du Ratte. Gut. Also hoch da. Ich hab zuerst zugehauen. Ich hab zuerst zugehauen. Haha. Okay. Hätte ich mal gesagt. Guck mal wie viel... Guck mal wie viel... Hier ist mir. Ja. Andeut angreifen und so. Ah, mach mal das hier. Oh nee. Der hat's überlebt. Ich glaube ich bin. Okay, alles klar. Ähm. Ch- 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 Ze comprend. Ach. 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 Wie merchand- Ich will da abgehen, heheheheh. Wow, dammit! Bitch, what the hell? Hahaha, ist das geil. Voll abgefackelt, durchspinnend. Ist das cool. Ey, warum komm ich zu dem da hinten nicht durch? Äh... Ah, so. Mhm. Okay, alles okay, auf jeden Fall. Um den Stick der Wahrheit zu bekommen, müssen wir die Wälder wieder rekrutieren. Hahaha, wer hat daneben nicht? Okay, alles klar. Ahhhh. Also dann erst... wie soll er? Hä? What the... Da fehlt irgendwas anscheinend. Ich benötige einen Drakenschwanz, okay. Ach, natürlich, da oben hängt er. Wie einfallsreich. Okay. Ähm... Bam, Bitch. Okay. Was mir das Ganze bringt... Ich weiß nicht... Noch... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht. Aber, okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall... ...ehm... ...ehm... ...de Drak... ...Pissschwarz... Achso, da war ja noch dieser Haltrank, den wir eh nicht nehmen können. So, bam, bitch. Und... skidisch. Skidisch. Und wir können hineintreten? Jetzt kommt wahrscheinlich der übelste Endgegner. Oder auch nicht. Oh, ja doch. Nein! Okay. Scheiße. Ach so, das ist eine Horde. Okay, alles klar. Dann... ja. Alter, what the hell is going on here? Tempodrank Ultra. Sehr great. Auf jeden Fall, G. Probieren wir doch mal den schicken neuen mongolen Boden aus. Alter, die brennen. Ich werd verrückt. Ich könnte jetzt ein paar Puntang benutzen. Okay. Okay. Let's go, bitches. Oh, mein Gott. Geil. Ich verhält das total. Das ist doch so übel. Geil. Ja. Ja. Zu spät. Oh, du guck! Oh, Mann! Wir haben sie! Ja. Alter, das ist so crazy. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier alles am einstürzen ist. Äh, ist das so? Wow, Mama. Ich glaube, wir müssen hier dringend runter. Wir sind so wütend. Alter, das ist so übel fett. Alter, nicht schlecht. So, dass wir wieder schnell beenden. Hm, hm. Okay. Zu früh. Natürlich. Aber es wird gut. So, ähm. So, da hätte ich mal gesagt. Hier so. Ey, der Bogen ist schon besser wie die Handwaffe. Das ist schon echt fett. Ja, warum eigentlich? Hab ich... Okay. Sie ist zwar verschlossen, aber wir kommen irgendwie nicht dran. So, und... Raus hier. Schade. Okay. Ich dachte, jetzt können wir hier so ein bisschen... Ich bin mir so gar nicht bei den Drücken gerade. Ich glaube, du sprichst. Okay. Hehehehehehe. Daaargh! Alter, der ist so... Aehm, ne, der ist jetzt überkrass. Ja, komm, Alter. Puhh, ne, ne. So crazy. Oh man, wir sind so die Überbrüder. Was ist denn hier los? Da kann man auch noch was mitnehmen. Ja, halt, das ist vollgewissend. Äh, ja. Gut, perfekt. Willkommen bei Cityfuck. Ihrem Stellung bitte. Puhh. Da geht's, Kind. All die shitty Chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Nongoians any time you want. Not Bosses though. They too tough. You call me with this. I give you one per day. If you're ever traveling, photojojo has a great deal of passport photos. Hmm, you do good work. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Also, hier können wir nach wie vor nichts machen. All ist nicht so schlimm. Gut, jetzt haben wir das auf jeden Fall erledigt. Hähähäh. Unsere erste coole Quest. Oh, Geld. Money, 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 money. Sorry, ich habe total vergessen. Diese ganze Parkour hier. So, BAM, BITCH! City Fuck. City Fuck. Oh, Jimbo's Guns! Yay! Sehr geil. Jetzt können wir uns endlich die, die Maske kaufen. Wenn wir Token rekrutieren. Well, was ist da drin? Ich habe dich noch nie gesehen. Du musst bist der neue Kind, der in die Stadt geht. Und du bist in hunting, hm? Well, but boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things you shoot, that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner. Ach, jetzt hör auf. Kann man Säbel kaufen und sowas? Das ist natürlich geil. Ausrüstung. Yay! Unbedingt. Die brauchen wir. Waffenaufsätze, Aufsätze, Aufsätze. Äh, kriegen wir später. Können wir mal später holen. Nehmen wir mal mit. Mal gucken, für was wir es gebrauchen können. Okay. You kill anything of that guy, you come back and see ol' Jimbo and Ned. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. You remind me of a guy I served with in, um... ulen live on us. Ein nidkos t-beris. Wie geil ist das denn? Da oben ist eine Truhe. Da müssen wir hin. Wie kommt man da hin? Kann man da überhaupt irgendwie hoch? Aber wir werden es sehen. Okay, wir haben jetzt so ein paar Sachen, Aufträge gekriegt, also Quests mäßig. Oder auch nicht. Schweinebär war ein Mannbärschwein. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall die Gasmaske, dass wir uns gegen ihn verteidigen können. Götte, götte, götte. Ich glaube, wir können sogar zu Tokens Haus jetzt irgendwie... Kann man den verbessern? Ideales Opfer. Aber das ist einfach so unschuldig, dass in jedem das Bedürfnis erweckt, ihm eine zu verpassen. Ja. Das doppelt wahrscheinlich, dass Feinde ihn im Kampf angreifen. Okay. Boah, wie geil! Okay. Das sehen wir aber alles später erst. Fuck you asshole! Fuck you asshole! Okay. Der eine ist noch ein bisschen, äh, bedeppert. Ach du Schande, ey! Okay. 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 Das ist so krass. Oh, down. Jetzt hab ich's total verpeilt. Okay, der ist beim Kontern. Alter, was zur Hölle ist denn hier los? Ähm, ja. So. Ich hätte immer gesagt, hier BAM. Oh, es ist auf! So, jetzt kommt der Überbutters mit seiner Überfähigkeit und haupt jetzt bei dir gleich. Ah! Oh, das ist nicht nett. Ach, zu schwach. Mhm. Ja, wir haben gewonnen. Wer hätt's gedacht. Äh, tut 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 tut. Alles nehmen. Mhm, 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 mhm. Aber das sind ja noch mehr. Alles nehmen. Alles nehmen. Okay. Aha. Uh-huh. Well, well, you supposed to be some kind of knight of the round table? Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Biggins! That's why I got stuck with her majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? Then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste! Okay, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir aus dem Keller... ...die Ratten vertreiben. Ach du Scheiße, was zur Hölle ist denn das? Oh-oh. Machen wir doch glatt. Ah, wir sind halt die übelsten Killer. Die übelsten... Jetzt hör aber auf. Okay. Yo, dog. Can't I just go right back home after the flight so I don't get grounded? Ich glaub so fahren wir hier am besten. Ach ne, die Ratte hat überlebt. Alter, halt zum Maul. So, Bambi. Na gut, so schwer ist es ja jetzt nicht wirklich, ne? Hm, jetzt haben wir schon zwei davon. Okay. Oh nein! Ja gut, öff. Feel that ratches fury! Mhm. 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 Ja gut, öff. Feel that ratches fury! Okay. Okay. So viel wird hier jetzt eh nicht mehr sein. Cool, das ist auch gut. Ja, so viel wird hier jetzt eh nicht mehr sein. Cool so. Okay. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Gut. Das müsste ja eigentlich schon gewesen sein, ne? Oder? Ja, finden wir hier sonst noch irgendwas? Obwohl wir eigentlich gar nicht so viel finden müssen, hab ich irgendwie das Gefühl, weil... da ist noch irgendwie ne Kiste oder so. Yay! Oh yeah! What the hell! Auf jeden Fall! Ähm. Weil irgendwie so, äh, Wiederbelebungs-Tränke und Heiltränke und so, das brauchen wir eigentlich soweit gar nicht. Ah. Pff. Okay, was hat uns das jetzt gebracht mehr? Mehr oder weniger? Hätte ich mir dann den Kampf ersparen können oder wie? Ja gut. Keller sind wir durch. Wieder mal ein kleiner Mini-Dungeon erledigt. Hallihalla! Kriegen wir jetzt was von dir? Kriegen wir was? Kriegen wir was? Ein Euler Ritter? Okay, hier fertig! Okay, hier geht's! Ja, was hab ich jetzt bekommen? Ein Dartfall! Das ist ne Waffe? Und, äh... Ah! Gin-Pokemon! Das sah aus wie ein Eisbecher oder so. Natürlich kenne ich nicht alle Pokémon aus, ähm, South Park, also diese Schi-Pokemon. Keine Ahnung. Oh! Was? Ah! Hey! Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen hart in die Bar am Morgen. Danke fürs Aufwägen. Du bist auf Facebook? Danke fürs Aufwägen. Sehr, sehr geil. So, jetzt... Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Token. Zu Token. Token, 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 Token. Wir nehmen doch den hier einfach in Anspruch. Ähm... Ah, so. Ja, schon klar, aber... Nää, dann lassen wir das mal grad? Ach, viel zu viel Geld, viel zu viel Kohle. Das braucht man gar nicht. Was? Ach, quit it. Hör auf, ah oh, oh mein Gott. Na gut. Ich habe die Rüstung erhöht. Hm, sehr schick. in u.s. ok ah ne komm den lass mal den lass mal brennen hier so übelst nice alles egal ich finde mal das stärkste von butters was ich bis jetzt kenne also ich denke mal das ist ganz gut alter wie schwerfällig ach der ist schon down da drüben perfekt kommen wir rambones aus kollege haha geil achso der liegt jetzt am boden und kann sich nicht mehr rühren oder was ok dann geben wir jetzt den rest hätte ich mal gesagt oh i wanted to show mercy oh yeah oh auffällig verfügbar das ist natürlich sensationell das müssen wir machen unbedingt äh mhm 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 Fähigkeit Verursacht Aha Vor Schmerzen angewidert, wie geil Okay, Zottile nimmt zusätzlichen Schaden Okay Okay, gut Da ich das ja nie perfekt ausführen kann Okay Achso, ja Okay, alles klar Bollentrophäe und so weiter Genghis Khan Bad Ich weiß nicht, ich finde den Mongolenbogen eigentlich viel geiler Ja gut, lassen wir auch so Ähm Ja, warum nicht Hey, was's up Ja, ich hab mir die Faszinöse geschüttet Da war schon wegen Land dabei Okay It's all great Ich hoffe, ich komm irgendwann mal an Ah ja, genau Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, no Alter, was geht denn mit dir, ey Bist du nicht mehr ganz zauber, oder was? Kommen wir Rambons aus Oh, schieb mir ihn gebrochen Alter, hör auf, was ist denn da los? Was ist denn da los, ey? Na gut, wir haben ihn Erfolgreich Billys Knüppel Das ist natürlich sehr, sehr geil Alles nehmen Auf zu token Oh, yeah Warum kommen wir da nicht hin? Mäh Mach dran Sehr geil Okay Gehen wir mal rein, ne? Ey Yeah? Oh, yeah Kann ich dir helfen? Was ist das? Oh, die andere hat die Stücke wieder? Hör auf einen Moment Oh, yeah Thank you for thy message, Traveller I shall make haste To Koopa Keep Mom, can you drive me to Eric's house? Okay Mm-hmm Alles mitnehmen Alter, 109 Dollar Das ist Okay Mal gerade gucken Jetzt müssen wir eigentlich so weit Ja, zu den Waffen, ne? Rekrutiere Token, Quake, Tweak und Cuttman's Ami Kehrt zu Cuttman zurück Und erzähle ihm von Rekrutierungsbemühungen Okay Das machen wir auf jeden Fall Im nächsten Part Ich bedanke mich Ganz herzlich bei euch Fürs Einschalten Und Ja Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst mir auf jeden Fall ein Like Und auf jeden Fall Einen Kommentar Und Ja Da das der letzte Part Heute ist Verabschiede ich mich von euch Und wünsche euch Ein frohes Weihnachtsfest Und Wir sehen uns auf jeden Fall Vor Silvester noch wieder Und In diesem Sinne Bis Dann Bis zum nächsten Mal